Aug in Aug, Bettina von Arnim Die Nachtigall war anders gegen mich gesinnt wie du. Sie stieg herab von Ast zu Ast und kam immer näher. Sie hing sich an den äußersten Zweig, um mich zu sehen. Ich wendete leise mich zu ihr, um sie nicht zu scheuchen. Und siehe da, Aug in Nachtigallenaug. Wir blickten uns an und hielten's aus. Dazu trugen die Winde die Töne einer fernen Musik herüber, deren allumfassende Harmonie wie ein in sich abgeschlossenes Geisteruniversum erklang, wo jeder Geist alle Geister durchdringt und alle jedem sich fügen. Vollkommen schön war dieses Ereignis. Dies erste Annähern zweiergleich unbewussten, unschuldigen Naturen, die noch nicht erfahren hatten, dass aus Liebesdurst, aus Liebeslust das Herz im Busen stärker und stärker klopft. Gewiss, ich war freundlich und gerührt durch dies Annähern der Nachtigall, wie ich mir denke, dass du allenfalls freundlich bewegt werden könntest durch meine Liebe. Aber was hat die Nachtigall bewogen, mir nachzugehen? Warum kam sie herab vom hohen Baum und setzte sich mir so nahe, dass ich sie mit der Hand hätte haschen können? Warum sah sie mich an? Und zwar ins Auge. Das Auge spricht mit uns. Es antwortet auf den Blick. Die Nachtigall wollte mit mir sprechen. Sie hatte ein Gefühl, einen Gedanken mit mir auszutauschen. Gefühl ist der Keim des Gedankens. Und wenn es so ist, welchen tiefen, gewaltigen Blick lässt uns hier die Natur in ihre Werkstatt tun? Wie bereitet sie ihre Steigerungen vor? Wie tief legt sie ihre Keime? Wie weit ist es noch von der Nachtigall bis zu dem Bewusstsein zwischen zwei Liebenden, die ihre Inbrunst so deutlich im Lied der Nachtigall gesteigert empfinden, dass sie glauben müssen, ihre Melodien seien der wahre Ausdruck ihrer Empfindungen? Am anderen Tag kam sie wieder, die Nachtigall. Ich auch. Mir ahndete, sie würde kommen. Ich hatte die Gitarre mitgenommen. Ich wollte ihr etwas vorspielen. An der Pappelwand war's, der wilden Rosenhecke gegenüber, die ihre langen, schwankenden Zweige über die Mauer des Nachbargartens hereinstreckte und mit ihren Blüten beinahe bis wieder an dem Boden reichte. Da saß sie und streckte ihre Häkchen, sah mir zu, wie ich mit dem Sand spielte. Nachtigallen sind neugierig, sagen die Leute. Bei uns ist's ein Sprichwort. Du bist so neugierig wie eine Nachtigall. Aber warum sind sie denn neugierig auf den Menschen, der scheinbar gar keine Beziehung auf sie hat? Was wird einstens aus dieser Neugierde sich erzeugen? Oh, nichts umsonst. Alles braucht die Natur zu ihrem rastlosen Wirken. Es will und muss weitergehen in ihren Erlösungen. Ich stieg auf eine hohe Pappel, deren Äste von unten auf zu einer bequemen Treppe rund um den Stamm gebildet waren. Da oben in dem schlanken Wipfel band ich mich fest an die Zweige mit der Schnur, an der ich die Gitarre mit nachgezogen hatte. Es war schwül. Nun regten sich die Lüfte stärker und trieben ein Heer von Wolken über uns zusammen. Die Rosenhecke wurde hochgehoben vom Wind und wieder niedergebeugt. Aber der Vogel saß fest. Je brausender der Sturm, je schmetternder ihr Gesang, die kleine Kehle strömte jubelnd ihr ganzes Leben in die aufgeregte Natur. Der fallende Regen behinderte sie nicht, die brausenden Bäume, der Donner übertäubte und schreckte sie nicht. Und ich, auch auf meiner schlanken Pappel, wogte im Sturmwind nieder auf die Rosenhecke, wenn sie sich hob und streifte über die Seiten, um den Jubel der kleinen Sängerin durch den Takt zu mäßigen. Wie still war's nach dem Gewitter! Welche heilige Ruhe folgte dieser Begeisterung im Sturm! Mit ihr breitete die Dämmerung sich über die weiten Gefilde. Meine kleine Sängerin schwieg. Sie war müde geworden. Auch wenn der Genius aufleuchtete in uns und unsere gesamten Kräfte aufregt, dass sie ihm dienen, wenn der ganze Mensch nichts mehr ist als nur dienend dem Gewaltigen, dem Höheren als er selbst. Und die Ruhe folgt auf solche Anstrengung. Wie mild ist da, wie sind da alle Ansprüche, selbst etwas zu sein, aufgelöst in Hingebung an den Genius. So ist Natur, wenn sie ruht vom Tagwerk. Sie schläft, und im Schlaf gibt es Gott den Seinen. So ist der Mensch, der unterworfen ist dem Genius der Kunst, dem das elektrische Feuer der Poesie die Adern durchströmt, den prophetische Gabe durchleuchtet, oder der, wie Beethoven, eine Sprache führt, die nicht auf Erden, sondern im Äther Muttersprache ist. Wenn solche ruhen von begeisterter Anstrengung, dann ist es so mild, so kühl, wie es heute nach dem Gewitter war in der ganzen Natur und mehr noch in der Brust der kleinen Nachtigall, denn die schlief wahrscheinlich heute noch tiefer als alle anderen Vögel. Und umso kräftiger und umso inniger wird ihr der Genius, der es den Seinen im Schlaf gibt, vergolten haben. Ich aber stieg nach eingeatmetter Abendstille von meinem Baum herab und durchdrungen von den hohen Ereignissen des eben Erlebten, sah ich unwillkürlich die Menschheit über die Achsel an.